Sie verhalten sich wie ein Vogelschwarm. 103 Mikrodrohnen, die hier über Kalifornien unterwegs sind. Das Video hat das US-Verteidigungsministerium jetzt veröffentlicht. Getestet wurden die Mikrodrohnen bereits im Oktober. Sie wurden von drei Kampfjets ausgestartet. Jede Drohne ist gut 16 Zentimeter groß. Dabei werden die kleinen Flugkörper durch ein System künstlicher Intelligenz gesteuert. Sie seien ein kollektiver Organismus, erklärte das Pentagon. Die Drohnen seien weder vorprogrammiert, noch gäbe es einen Anführer. Sie würden miteinander kommunizieren und sich an neue Situationen anpassen. Militärstrategen in den USA setzen große Hoffnung in diese Technologie. Sie sei günstig und im Einsatz gegen Gegner besonders wirkungsvoll.